Hi, ich bin Jossi und willkommen auf meinem Kanal Yummy Foto. Heute machen wir Ofen Tortillas für zwei Personen. Dazu brauchen wir 200 Gramm Hähnchen, Öl, eine halbe Paprika, eine kleine Dose Mais, eine kleine Dose Bohnen, einen halben Avocado, ich nehme fünf Stück Cherrytomaten, Cheddar Käse, ein bisschen Schlagsahne und Mexiko Gewürze. Für die Füllung Frischkäse und Joghurt. Lass uns starten. Zuerst Hähnchen in den Würfel schneiden. 1 TL Öl und Gewürze zusammenmischen und stehen lassen. Dann die halbe Paprika schneiden. Schneide sie länglich, ihr wie ihr es gerne habt. Die Pfanne vorheizen und dann zuerst die Paprika. Die Paprika solltet ihr insgesamt 12 Minuten dünsten. So kriegt ihr sie geschmeidig und weich. Ich lasse sie genau 4 Minuten dünsten. Dann kommt das Hähnchen. Zusammen 5 Minuten dünsten lassen. In der Zwischenzeit die Konserven öffnen und sehr gute spülen. Avocado in Würfel schneiden und Cherry halbieren. undo her, auf und runter am Portuguese. Nach 5 Minuten Mais und Bohnen dazugeben und 3 Minuten weiter dünken lassen. Nach 3 Minuten Avocado und Cherry dazugeben und weitere 3 Minuten kochen lassen. Ihr könnt noch ein bisschen Salz und Mexiko Gewürze noch dazugeben und gut verrühren. Frischkäse Ich nehme 2 Esslöffel Frischkäse und 1,5 Esslöffel Joghurt. Den Herd auf 180 Grad anmachen, die Tortillas mit dem Dip schmieren und dann den Rest drauf. Und das alles tue ich in eine Ofenform rein. Musik Musik Und zum Schluss geriebener Cheddar Käse, ein bisschen Schlagsahne von oben, sodass sich der Käse besser verteilt. Und das alles zusammen für 10 Minuten in den Backofen. Musik 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 Die Tortillas serviere ich mit bisschen Salat. Guten Appetit! Musik 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 Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bitte schreibt ihr einen Kommentar, ob euch das Essen geschmeckt hat. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr was Leckeres essen wollt. Ciao! Musik 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 aben